Erika Mayer Bestattungen bietet Angehörigen Begleitung auf ihrem schweren Weg und sorgt dafür, dass die Formalitäten im Hintergrund erledigt werden und somit Platz und Zeit für Trauer ist. Unser Ziel ist es, dass Angehörige in angemessener Form Abschied nehmen können. Unser kleines Familienunternehmen verspricht Nähe zu Menschen, Individualität und Sensibilität.